Lüt 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 Die neue Lütch ist da! Hallo! Die ist natürlich auch zugeklickt Diesmal habe ich darauf geachtet, dass wir auch ein kleines Messer dabei haben Damit wir das Ding mehr oder weniger nachher aufkriegen Vorsichtig Und Wollen wir mal sehen Müssen wir hier rum? Da rum? Wollen wir mal sehen Oh, das sieht ja nach viel aus Das war ein Witz, tut's nicht Schnappen wir uns doch gleich mal den hier Weißt ja geil wer es ist Ah Wir haben hier jemanden Weil es sagt mir gar nichts Von Magix Kenn ich überhaupt nicht Ich habe keinen Dunst Eine Popfigur Aber ich, ehrlich, ich habe keinen Dunst Beziehungsweise was ist es? Wir haben hier unser T-Shirt Das packen wir erstmal direkt aus Das ist ja wenigstens nicht zugeklebt So Mal eben Ach So Ach guck mal Ach Okay Das ist Ganz witzig Schauen wir mal weiter Oh 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 Was ist das denn? Wir haben hier eine Jurassic Park Münze Weck mich mal Oh Das ist was Das Das behalte ich Was haben wir hier? Oh ich lese hier grad Back to the future Schauen Oh 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 Das ist was Was ist das? Wie packt man das aus? Was ist da drin? Ja Jetzt klebt das an den Handschuhen fest Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ja wohl keine Schürze, oder? Oh nein Das ist eine Schürze Ja Kleinen Moment Ich muss in hier So, ich nehme jetzt mal ganz amateurhaft Hallöchen Den Flur Eine Marty McFly Schürze Ja Leck mich doch am Arsch Ey Wahnsinn Ja Hier haben wir dann auch nochmal den Schriftzug stehen Na Okay Das war jetzt einmal kurz witzig Und Dann haben wir natürlich die obligatorischen Bonbons Das haben wir auch noch Ach Ja Hupsi So Haben wir hier Oh Oh Mmh Candyspray Das ist bestimmt wieder sauer Damit ich mich bekotzt Aber sauer muss ich immer würden von Kein Witz Wir haben jetzt hier aber das Candyspray Light Oh Heißt das irgendwie Zuckerfrei Ah Das ist ja ekelhaft Da Oh Mist Jetzt habe ich den Deckel abgeschraubt Oh Okay Jetzt können wir uns das jetzt hier Hm Da kommt gar nicht Ah 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 Okay Erstens ist es sauer Und zweitens ist es in meiner Nase Ah 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 Jetzt habe ich Tinnitus im Ohr Ah 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 Okay Das äh Ja Oh Wir haben ja noch eine Karte Wunderschön Eine Game of Swans Karte Ja Fick mir doch in den Helm Ja Im Großen und Ganzen haben wir die Loot Chats schon durch Das Heftchen gehen wir jetzt nicht durch Wir haben einmal unsere Schürze Die finde ich ganz gelungen Obwohl ich Ich habe zwar eine Schürze Allerdings finde ich die jetzt ziemlich nett Das T-Shirt ist Naja Nicht so meins Die Figur sagt überhaupt nichts Und Ja Die Jurassic Park Münze Werde ich mir nochmal ganz genau Hallo Mindy Ganz genau ansehen und Naja Mal sehen Also die finde ich ja porno mäßig Wunderbar In diesem Sinne Das war die Loot Chats für diesen Monat Und nächsten Monat sind wir wieder dabei Und wir sehen uns beim nächsten Unboxing Wahrscheinlich in zwei bis fünfzehn Tagen Bis zum nächsten Mal